Wissen Sie, wie das sonst für ein Bauer ist? Eine Uni-Hockey-Bahn. Eine Uni-Hockey-Bahn? Das kann ich nicht richtig sagen. Ja, ich weiss nicht, aber ich kann es nicht sagen. Jetzt aktuell in Bern, die Uni-Hockey-WM-Staff. Seid ihr da drüber am Laufen? Ein bisschen, ich bin schon nicht so fest, aber ein wenig. Das, was gestern passiert ist, weiss ich jetzt, die Schweiz hat gewonnen. Ja, ein wenig im Fernsehen, was sie gerade hören. Es ist jetzt, dass es überhaupt im Gang wäre, aber im Allgemeinen gar nicht. Wie verfolgest du den Event? Mein Vater hat mir gesagt, dass sie das nicht sagen sollen. Also ich verfolge jetzt nicht so. Also ja, ich bin nicht so informiert, aber ich fand ich okay. Was haben sie gestern gegen Sri Lanka gewonnen? 38-0 oder wieviel? Ja, halt über die Zeitung, über die Resultate. Traut ihr den Schweizer an dieser WM zu? Also ich glaube, sie ist schon recht gut. Sie haben gestern recht hoch gewonnen. Und ja, ich denke, die gewinnen schon. Also, ich könnte auch gute Chance sein, ins Finale zu kommen. Oder so. Ja, ich denke auch, dass sie so unter den besten Fünf wären oder so. Äh, ja, die müssen gewinnen. Heim-WM. Ja, eine gute Frage. Also ich glaube, Medaillen wäre unser Ziel, hätte es geheissen. Es wäre natürlich schön, wenn es auch mal ganz hoch würde. Aber es würde, glaube ich, hätte einen harten Kampf. Ja, also ich denke, Medaillen wären sicher schön. Ja, sie sind gerade nur da. So, dritten oder vierten? Ja, sie kennen ja von den Namen her. Kennen sie alle Schweizer Spieler? Nein. Für das ist es wenig.